Danach von Kurt Tucholsky Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun den Gentleman. Na, und denn? Denn jenen die Beden brav ins Bett. Naja, das ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möchte man doch jern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht kissen? Die können ja doch nicht immer pennen. Na, und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind. Denn kriegt das junge Paar ein Kind. Denn kocht sie Milch, die Milch luft über. Denn macht er Krach, dann wehnt sie drüber. Denn wollen sich Bede Jänzlich trennen. Na, und denn? Denn ist das Kind nicht auf den Damm. Denn bleiben die Beden doch zusammen. Denn quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch was mit blonder Haare, vorn doof und hinten minoren. Denn, na, und denn? Denn sind sie alt. Der Sohn haut ab. Der Olle macht nur auch bald schlapp. Verjessen, Kuss und Schnurrbarzeit. Ach, Menschenskind, wie liegt das weit, wie der noch scharf auf Muttern war. Das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der Olle-Mann denkt so zurück. Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Der Olle-Mann denkt so zurück.